Ich habe gesagt, er holt den Truck, wir müssen ihn suchen! Darüber! Schnell! Lauf weiter, wir verstehen das hier! So, ich darf auf! Sie haben Zivilisten hingerichtet. Ich weiß. Sie haben es vor allem auf Plünderer abgesehen, um in die Stadt zu gelangen. So haben sie Dallas praktisch über Nacht eingenommen. Wie können wir helfen? Dad! Hör zu, Jungs. Außer euch habe ich nichts mehr auf dieser Welt. Dad! Viking 1, wir erhalten Berichte von hoher Feindaktivität weiter vorn. Wenn ihr euch behalten, was es hier wieder anfangen könnt. Roger. Zu Reilly, er hat Agents gefunden. Hier drüben! Los geht's! Auf der Zeichen. Der Vertraueraum ist auf dieser Etage. Der Vertraueraum ist auf dieser Etage. Die Stromversammlung ist ganz hinten. Los! Hecken! Er ist hinter diesen Türen! Auf den Boden! Los! Ihr Jungs wisst, wie man richtig auftritt. Schnurzeln! Pirate, hier ist Ghost 6. Hier ist die Türke. Gehen zum Evaku... Wir haben Schüsse gehört. Alles okay. Logan? Ich wusste nicht, wie das ist. Die Dahlheit. Das ist nicht mehr so. Das hat sich gemacht. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Wenn du jetzt die Dahlahl an uns rustyhmät hast... 10 Sekunden. ich hab's sobald der strom angeht hören und passen wir brauchen den vorarbeiter schalt ab kleiner Wehrhaucher, aushalten! Sie sind aufgeteilt! Wir haben los und los! Wir sehen sowas wie Raketenbauteile. Verstanden. Weitersuchen. Eine Luftschleuse. Das muss es sein. Kick! Roger! Bingo! Scheiße! Sieht aus wie irgendein Satellit. Mit einem verdammt dicken Waffenpaket. Scarecrow, wir haben es. Sieht aus wie Satellitenwaffen. Verstanden. Übermittlung zur Erkennung. Logan, Bild übertragen. Hash, du auch. Was? 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 Wir sind bereit. Du übernimmst die Leitung, Hash. Du kommst nicht mit? Ich übernehme Elias Platz und koordiniere die Ressourcen. Dein Vater war ein toller Mann. Ein großartiger Anführer. Auch er sah euer Potenzial. Hier, Logan. Das gehörte ihm. Tut mir leid. Du hast deine Pflicht erfüllt. Du gehst mit Merrick. Ich pass auf ihn auf. Alle Einheiten, die Koloration ist in unseren Luftraum eingedrungen. Auf Station Meldung. Start der Alarm 5. Flugzeug abwarten. Wir müssen helfen, das Deck zu sichern und einen Transport zur Satelliten vorfinden. Wir werden geändert. Wiederholen. Alle waren auf Position. Wir werden geändert. Wenn die Satelliten einsatzbereit sind, können sie uns jederzeit überall angreifen. Verstanden. Wetter macht den Weg frei. Kommando Ende. Starten wir das Ding. Kommando. Ladung ist unterwegs. Start frei erfolgreich. Kommando bestätigt. Gute Arbeit, Gentlemen. Hört ihr das? Das ist Stroke. Er ist Ziel. Sie überall gegenüber das Bahnsystem unterhalten. Merrick, die Rakete ist raus. Haben einen Hinweis auf Raw. Wir holen ihn uns. Negativ, Hash. Zurück zum Sammelpunkt. Wir spüren ihn gemeinsam auf. Sorry, Merrick. Du bist hier fertig. Wir nicht. Holen wir uns den Bastard. Holen wir uns den Bastard. Wir müssen den Bastard. Wir müssen den Bastard stammeln. Wir müssen den Bastard. Wenn wir uns den Bastard schlafen suchen. Ziele! 12 Uhr! Hoch! Achtung, Icarus! Haben die Trägerflotte verloren! Lagebericht! Weiter Druck machen! Moment beim Kontrollraum! Wir legen jetzt den direkten Weg! Wir müssen die Außenwand durchbrechen! Wir müssen die Außenwand durchbrechen! Wir müssen eine Rolle über die Stäbe zu haben. Bleibt nur noch Rock. Na los! Rock muss vorne im Zug sein. Gehen wir!